morgens halb 10 in deutschland wir haben schon mal einen film eingestellt wo ich hier die ernte 2017 begleitet habe geholfen habe mal einen trecker zu fahren draußen ist es schnee und das schneit ganz heftig und das interessante ist heute zeige ich mal so ein bisschen was man sonst noch nebenbei so alles fahren kann denn wir sind heute mal beim bagger fahren zeige euch das hier mal ganz kurz entsprechend haben wir heute mal ein bisschen erde durch die gegend so ja ihr seht es ist eine schöne geschichte und wir sind dabei voll ab bauen ich muss jetzt hier auch noch ein bisschen kontrolliert arbeiten das ganze läuft dahingehend ab dass wir hier boden abtragen und auch da hat man mich gefragt weil ich ja doch so manche sachen fahren kann ob ich nicht eventuell ein bisschen helfen will gerade umgeschaltet auf dem vorwärtsgang und so läuft das aber ich mache noch ein paar weitere filmchen dazu ich wünsche euch viel spaß dabei könnt ihr dann das ganze mal ich mache sie ihn Das ist ein ganz böser Untergrund, hier ist er weich. So, der Bagger bereitet uns den Boden vor. Wir nehmen das mit der Schaufel auf. Jetzt schiebt er uns noch mal ein bisschen Material in die Schaufel rein, damit das dann entsprechend auch wunderbar klappt. So, Rückwärtsgang ist drin und dann geht es jetzt wieder zurück. Ich lasse einfach mal den Video laufen. Hinge! Wir schauen mal an die Schulen noch mal ein bisschen an. Jetzt ist es noch mal ein bisschen. So, haben wir die Schaufel auf die Schaufel, und dann geht uns in der Schaufel. So, wenn ich es in der Schaufel ist, dann geht es jetzt wieder hin. Wir sind jetzt hier auch an der Schaufel und das Schaufel. Wir sind jetzt schon mal ein bisschen wehr und hier ist es an der Fall der Schaufel ist. Ja, ich hoffe, kleines Video hat euch gefallen, ist mal wieder einfach mal so ein Tag der Arbeit und wenn man halt mal so Spaß hat, sowas zu fahren, wenn man sowas machen kann, ich kann es euch nur empfehlen, macht nicht nur das, was ihr macht, sondern macht auch viel Spaß für euch, denn gerade die Abwechslung im Leben, das ist eigentlich das, was Spaß macht. Bis dann, tschüss.